Ein kleines, kurzes, knackiges Video, was Rette die Welt betrifft. Ihr wisst ja, ich spiele immer noch Rette die Welt auf Twitch. Insgesamt mit drei Accounts, aber worum geht's? Es geht um die Spielersuche. Wir kennen das Problem, dass wir natürlich Solo nicht gerade gut die Aufgaben alleine machen können, weil es einfach in Materialien geht. So viel Fallen kannst du gerne herstellen. Ich zeige es euch kurz einmal. Warte mal, zack, ich habe einen Fehler gemacht. Nur damit ihr es richtig seht. Wenn ich jetzt hier auf die Mission... Ja, jetzt muss natürlich Rette die Welt richtig rumbacken. Wir gehen nochmal raus, nochmal rein. Jetzt ist es geändert. Okay, ihr wisst alle, aber hier unten steht sonst auffüllen, nicht auffüllen. Ihr kriegt ganz einfach Leute in eure Lobby rein, indem ihr einfach oben auf das Zahnrad geht. Nur mit Einladung. Dadurch steht ihr auf Privat. Das ist jetzt quasi das neue Privat. Stellt hier auf Freunde, lässt es aktivieren. Ah, hier steht es jetzt wieder. Jetzt steht hier nicht auffüllen. Wir machen trotzdem auffüllen. Jetzt gucke ich trotzdem nochmal Kontrolle halber. Auf das hier muss auf Freunde stehen. Und dann würde ich sagen, denke ich mal, kriege ich definitiv welche dabei. Weil alle alte Hasen unter euch wissen, wie macht Aufgaben, da sind immer Leute drin. Und ihr seht, zack, der erste drin. So kriegt ihr wieder Leute in eure Lobby. Ist ziemlich bescheuert. Anstatt die einfach mal Systeme lassen, die auch funktionieren. Ihr seht, die Lobby ist voll. Genau so soll das aussehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß bei Rette die Welt. Ihr könnt natürlich gerne auf Twitch vorbeikommen. Einfach auf Family Hack gehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im Stream. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In dem Sinne, haut rein.